so hallo wir machen weiter bei ich wollte schon klitsch fest sagen äh grey eminence dem hack bei dem danni mit dabei ist wodurch es zu vielen spannenden lustigen themen kommt was für themen wir haben über noch nichts geredet habe ich das ich meine wir sind im jahr 2020 da ist ja schon eine menge passiert nicht ja und es hat ein secret exit ja das finde ich nicht gut das hat endlich mal ein secret exit das level ich sag nichts wait das kenn ich das ist das altbewährte level 106 aus kelung das kenn ich komplett das kennst du komplett ja aber es ist ein bisschen geändert wie langweilig es ist ein bisschen was geändert kannst du dich da noch gut daran erinnern siehst du aber ich weiß halt wie es aussieht und ich aber erst mal beschweren ich weiß dass ich es kenne ich kann mich jetzt nicht an den ablauf erinnern das nicht aber so vom ding her und es hat andere musik und ich glaube die palette ist das kann sein das weiß ich nicht dann müsste man mal im kerl das ist tatsächlich genau so gebaut das hat nicht vorhanden rutschen kann weil der goomba einfühlt schön dass er das noch mal alles klar einmal habe ich sie geholt das reicht aus ich glaub das war das erste level bei dem ich ein bisschen häufiger beim film geschrauben bin um die mal ein bisschen mut zu machen sehr gut sehr sehr gut ja aber das level ist jetzt ja nicht neu also das hast du ja dann einfach nur ach so ja 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 das ist da nur drin damit der heck ein bisschen länger ist das ist ja klar dass die anderen kennung nicht gespielt haben und dass das level dass man das einbauen kann weiß ein schönes level ist ja keine frage aber es ist jetzt nicht neu gebaut und man kann jetzt nicht geben wir den super mario world kreativität super mega level bauer preis verleihen richtig also schon für das level aber halt nicht ich meine so eine effizienz also es ist schon irgendwie ein bisschen irgendwo ein bisschen ehrenlos level zu recyceln aber ja aber in einem hack der nicht released wurde ja und der auch nur den sinn hatte dass du wieder in ferie spielst an sich ist das level ja schön insofern sehe ich das schon für dich das schon gut dass du das wieder recycelt hast weil du sehen dass auch andere um jetzt wieder zum thema ehrenlos zu kommen ich würde aber wenn jetzt gelung würde 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 ich das level auch können lassen also es ist mir auch egal ja gut ob ihr release kennt um ja nicht ja das hast du vorhin hast gesagt du würdest das spielen dann kannst du das level hier nochmal spielen das habe ich doch schon gespielt das war ein drittes mal halt irgendwas ganz wichtiges neu waren wir ja schon so weit um dieses level zu spielen das müsst ihr ja nicht nochmal machen okay aber du solltest dich jetzt auf das level glaube ich ein bisschen konzentrieren weil genau das ist die ist weg die pflanze wie kann ich daran sterben die ist nicht mal mehr auf dem screen gewesen was zur helde noch ein bisschen nach viel geschleckt wo ist das frech freche pflanze das schießt ja aber konzentriere nicht mal auf das spielen jetzt ja klar das ist ein bisschen hilfreich merkst du nicht wie konzentriert ich bin ähm das ist ein heißer sehr konzentriert aber wie schön ich die ganzen stellen hier spiele du bist so konzentriert wie der Pfirsichbruchtsaftgehalt in einem Durstflöschladen 0,5 Prozent Quatsch ich glaube ich gehe mal ganz kurz ich hoffe wenn ich wieder Kommasus werde gestoppt ich meine ich will das auch nicht sehen ich habe das schon zweimal jetzt gesehen du hast es gebaut du wirst es öfter gesehen haben nein ach komm schon muss da eine Stachel drüber oh no schieß so jetzt mal hier ein bisschen konzentriert darüber jetzt haben wir den Pilz noch das ist ganz gut jetzt komme ich nicht an die Ohren aber dann habe ich noch eine Chance ich habe immer noch noch meine Chance und ich habe den Pilz noch sehr schön was will ich denn mehr was will ich denn mehr so jetzt sollten wir doch mit dem Pilz den wir noch haben an dieser wunderschönen Stelle hier vorbeikommen mit dem Hammerbruder an der wir jetzt schon zweimal glorreich möchte ich sagen gescheitert sind ach sogar diesmal ohne den Pilz zu verlieren siehste mal ja ne nicht mal nicht mal nein ich bin genau einen Gegner weitergekommen Mist könnt ihr jetzt wenn Dati weg ist einfach ganz frech revinden und keiner von euch verrät mich was haltet ihr davon also da muss ich ja direkt noch mal reinschnallen jetzt ne was ich habe es natürlich ja nur nicht angedeutet um nicht wieder den Moral-Apost zu bringen aber ich gucke gerade ganz gut wow du hast gerade einen Temblock gekippt unglaublich was ich gucke gerade ganz freudig vom Balkon durchs Fenster dir beim Spielen zu es ist einfach schön da ist nichts mit revinden in diesem Sinne das wäre dir doch gar nicht aufgefallen no no oh ich habe die Idee Kollege komm mit tschüss perfekt so und jetzt muss ich aber den Sprung hier hinkriegen oh no wie mache ich das denn ohne da oben ranzuspringen wait kann ich da ohne die Plattform aber der Sprung ist schon ein bisschen kritisch hilfe bleib hier die explodieren von selber nicht oh jetzt kommt noch einer lass mich in Ruhe noch einer okay wir versuchen das nein oh ich hasse alle warum geht der da rüber Mist ich sehe du machst dich sehr gut war die Klappe ach schön oh man warum ist der da rüber gelaufen aber du solltest dich daran gewöhnen das ist ich meine du erkundest gerade das Level du 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 kundschaftest neue Strategien aus das ist doch schon mal schön super das war übrigens gerade ein super ein riesen Zufall ich war nämlich im Keller unten und habe mir ein zweites oh man hat es nicht gehört ich habe mir ein zweites Bier man hat es gehört aber man hat es nicht schön ploppen gehört ist egal naja jedenfalls habe ich es genau gehört wie du meintest ich kann jetzt ja einfach rewinden und der kriegt das gar nicht mit du hättest es aber ja trotzdem mitbekommen selbst wenn ich es hier durchbekommen hätte weil du ja die Videos nachguckst wie schon erwähnt bin ich ja der einzige der sich die Videos anschaut richtig so und jetzt kann hier gar nichts passieren das wollte ich vorhin machen ich weiß nicht warum ich mich so angestellt habe wait jetzt ist die Frage nimmst du den Damage Boost oder ich kann hier runter ne nein nein du hast gerade so glorreich den einen Creeper kaputt gemacht ach dafür ist die Reset ja wie ich verstehe dann komm mal mit Kollege hopp 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 hop So, der ist jetzt genau richtig. Tschüss. Ich hab keine Ahnung. Oh no. Müssen die Leute jetzt einfach auch noch das Kähnungen zu schauen. Schaut euch einfach mehr Let's Place an. Schwänzt die Schule. Aber nicht bei mir. Ja doch, guckt euch Connell Let's Place an. Statt zum Unterricht von Connell zu gehen. Das ist ein Blind Jump. Was ist das denn? Ah ne, das waren Münzen, ne? Jetzt wollte ich mich gerade muten, aber das ist kein Blind Jump. Ja, da waren Münzen. Das ist ja schon gut. Ja, danke. Aber trotzdem kritisch. Was kritisch? Da waren Münzen? Das ist einfach ein kritischer Sprung. Wenn man den Münzen folgt, dann klappt das. Ich wollte mit dem Hack eigentlich ein Statement für Empowerment der Frau setzen, dass Peach so schwierige Level auch schaffen kann. Aber so wie du spielst, sieht Peach irgendwie mehr aus wie dieses stereotypische Mädchen, das vor allem wegrennt. Oh, euer Mau, was zur Hölle? Ach ja. Ah! Und willst du das Level nochmal spielen? Ich will ein Midwaypoint. Es gibt kein Midwaypoint. Wie soll ich denn hier einen Creeper hinbekommen? Da geht's gar nicht mal. Okay, da will ich gar nicht hin. Aber willst du das Level generell nochmal spielen? Oh nein, das hatte einen Secret. Ja. Und ich hab bisher nicht gefunden. Okay, also du musst das Level sowieso nochmal spielen. Aber jetzt nochmal die Frage. Willst du das Level generell nochmal einfach so aus Just For Fun nochmal spielen? Ne, aus Fun nicht. Dann würde ich dir erlauben, zu rewinden. Aber ich bitte dich doch darum, geh mal in diese... Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Warte mal und geh mal nach oben da wieder in diese gelben Blöcke. Also eine 6-Block-Ansammlung gelber Blöcke. Ui. W-tf. Please only enter Warps on if two days. Das ist... Er ist nicht... Aber ich bin da geboren. Das ist richtig, ja. Das ist jetzt ein Secret, was wirklich für dich zugeschnitten ist. Ich hab gedacht wir schaffen, das bis zu deinem Geburtstag das aufzunehmen. Yay. Hat gut funktioniert auf jeden Fall. Naja. happy birthday take your person but please take only as much as your years old 32 1 2 3 4 5 6 ich glaube das funktioniert nicht so gut der block ist ein bisschen verbaut den hab ich selbst gemacht der ist nicht so geil da kommen wir mal irgendwie 3-4 leben raus ach das macht gar nix aber das problem ist jetzt jetzt musst du das level halt noch mal von vorne spielen würdest du jetzt auch 99 holen können f ich bin aber nicht 99 alt dann hast du einmal komplett volle leben klar so sehe ich ja es könnte ja sagen du kannst ja noch mal wenn du jetzt wenn du noch mal sterben solltest du kannst du noch mal rewinden und dann kannst du dir auch geben dann hast du da musst du wenigstens nicht immer darum laufen hier nicht aber wenn du von vorne spiel ach so meinst du ja jetzt habe ich deinen gedankengang verstanden hat gedauert soja guten secret exit ist auch klar ist sehr klar dann müssen wir da wohl noch mal durch ja klar da ist der beschlüssel ist in der box drin und der körper muss über die blöcke laufen wenn dann offen ausgedrückt ist ist ja doch noch nicht also wer das nicht sieht der macht auch 1 2 3 4 5 immer noch als sein passwort ja oder links und rechts vertauschen ist auch ziemlich peinlich das ist was anderes das machen die richtig coolen kids wie wir jungen leute sagen würden die richtig fancy children oder so was ist dein problem ich weiß gar nicht wenn das die ärzte wüssten ja könnte könnte an dem liegen was du auf dem balkon machst aber ich bin mir nicht sicher ja ganz bestimmt also wenn du jetzt wenn du deinen schülern erzählst dass man irgendwie berauscht wird weil man zigaretten raucht dann ich glaube dann verfehlst du so ein bisschen deinem pädagogischen würde ich nicht erzählen das hast du ja gerade indirekt getan oder du hast mir unterstellt dass ich nicht nur zigaretten rauchen das würde ich aber niemals zu achten da ist noch einer der hatte wie fast der war da was der kam was zur halbe das ist wirklich jeden aspekt der kam da noch nie ja weil du den von ja mal kaputt gemacht hast es kann sein aber es ist jetzt genug jumpscares in dem level gewesen was sind für jumpscares ich erschreck jedes mal ja da kann ich ja nicht das ist der erste gegner glaube ich ist nein in snb 1 ach 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 so smb 1 ja das sind die was natürlich die ersten gegner das ist der erste gegner in snb 1 und blaue kupa ja entweder der blaue kupa oder ein roter kupa oder wenn du halt genau die die roten kupas auf dem auf der plattform das stimmt ja den spruch hier mag ich ja überhaupt nicht den finde ich besonders schön jetzt geht das sogar mit dem ich wollte ich immer mit einem normalen sprung nein die gehen auch manchmal wenn die klein ja weil es zwei verschiedene gibt ach so in einem mit sterben und welche die mit zwei ach so ich da das habe ich nicht gedacht hey oder du veralberst mich nur weil nein das ist wirklich so ich habe jetzt das wichtig dass man das sie vielleicht ja zum beispiel wenn ich die politiker sehe es gibt ja auch level wo dann so ich habe es verstanden so homing politik ich darf den nicht kennen ja du hast es verstanden jetzt ist eine resettor falls man den killt also frech die war nein 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 doch es gibt die resettor durch die du auch schon ein paar mal gelaufen ist aber noch eine dahin zu setzen fand ich irgendwie ein bisschen bisschen happisch für den secret ex oh nein jetzt kriege ich das nicht mehr hin ne menge abkürzen wollte ich sagen du hast das eben sehr gut gemacht jetzt wirst du das bestimmt noch mal hinbekommen wollte ich sagen du kannst aber echt in die resettor am anfang da gehen so dann kriegst du hier noch mal ein pilz dann kannst du sie kein kumpel mehl nein natürlich nicht ach ich war ich da ja runter das ist ja dumm gebaut das ist ja dumm gebaut wenn du da nur eine chance hast ja das ist halt für den secret ex das ist nicht leicht jetzt jetzt verdrehen wir hier nicht die tat nein du hast keine resettor hingebaut das ist frech da ist ja eine resettor wird es ja zu dir zurücklaufen außerdem ist es für den derzeitigen spielfluss nicht weiter relevant könntest du jetzt auch einfach mit dem nächsten level weiter spielen nein wir machen erst alle exos hier bin ich doch auch für jetzt beschwer dich nicht zeigt den zuschauern was für eine powerfrau peach ist das warst du wieder ganz weit weg vom mikrofon ach so das möchte ich aber eigentlich auch nicht noch mal wieder okay das ist wahrscheinlich besser so okay ich kann es ja natürlich trotzdem gerne machen ich sagte das ist ja das ist ja der erste smb der für den pulitzer preis nominiert wird wegen seiner feministischen darbietung er hat sich gelohnt und jetzt konzentrieren das ist ja schon hier die resettor dann ist ja tatsächlich eine da natürlich ist das ist ja gar nicht weiter gewesen habt ihr noch nie dafür in betracht gezogen aber das war sehr dumm ich habe ein bisschen nicht nachgedacht habe ich das gefühl aber stimmt die ist ja direkt hier ich habe nichts gesagt naja das ist ja der gleiche abschnitt das ist ja tatsächlich das ist ja nicht richtig richtig fair wäre oder um das puzzle an sich gegen in dem level dann hätte ich glaube ich auch noch eine hinsetzt einfach nein aber die ist ja wirklich also noch näher kannst du die ja nicht wenn man da der resettor hinsetzt hinsetzt finde ich ist das auch so ein anzeichen dafür dass man den kumba gegebenenfalls irgendwie brauchen kann oder das kann ich auch so aber sie ist ja also sie ist ja direkt hier das passt schon aber die ist ja nicht direkt in verbindung mit dem kumba das ist richtig soll ja so ein bisschen mysteriös dann auch wenn du es wieso schaffe ich das eigentlich weil du schlecht aber glaub weiter an dich dann kriegst du das bestimmt okay ja jetzt ja gut so jetzt darf ich nur nicht sterben das größere problem ich hätte gerne noch mal ein pilz hier ja sehr gut jetzt springe auf den stein direkt okay dann spring jetzt auf den stein du kannst ich gebe dir den tipp du kannst wenn du den schack einmal direkt ausgewichen bist kannst du relativ direkt auf den stein da bin ich vorhin durch die damit spustet die steine hatte ich noch nicht im kopf das habe ich gesehen aber ich würde interessieren ob die zuschauer also wenn sich die zuschauer dazu eine meinung bilden können und wollen oder so ob das wirklich interessant ist dir dabei zuzugucken wenn du jetzt hier selbst spielst weil ich finde das wirklich viel viel besser würde mal sagen das kommt immer auf das level drauf an also hier würde ich auch bin ich auch noch nicht gewillt selbst zu setzen weil sobald ich gewillt bin selbst selbst zu setzen setzen da kannst du sagen was du willst aber ja ich weiß schon was du meinst aber es ist ja nicht also wenn das so kaiser abschnitte sind dann ist das ja was anderes wo die gibt es hier nicht aber wenn ich jetzt keine ahnung in jamp bei 4 selbst jetzt versucht das habe ich glaube ich so da haben glaube ich eingesetzt oder okay so jetzt haben wir alles noch jetzt sieht man ja auch so ein bisschen dafür irgendwie fortschritt machst auch beim spielen da ja das geht so dass du das alles souveräne einfach was das meint jetzt ganz guter beschleunigt auch zum keine ahnung fünftzehnten wahl ja 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 oh yes ich glaube das hat man über dein spielstil selten krass da siehst du mal richtig richtig lass mich in ruhe du blödes fiech geh weg du schaffst das bestimmt trotzdem noch zu sterben da wäre ja doch noch ein krasser aber da komme ich nicht mehr hoch so jetzt brauchen wir den kollegen aber ja und dann haben wir es wobei ich könnte jetzt auch einfach durch der menschen kann ich nicht weil ich da nicht zurück was das ding macht mich klein aber da ist jetzt ja nichts mehr ich habe angst gehabt dass ich nicht alle steine auf einmal erwischt und jetzt muss ich zurückkommen jetzt glaube ich kein gegner mehr jetzt unglaublich das level hat gedauert unglaublicher skill unglaublich bergström forest auf geht's das willst du jetzt machen das ist doch eigentlich das letzte level außerdem kennst du das auch schon wie das letzte das letzte nach ist das eine abkürzung ja ich verstehe dann gehen wir erstmal hier hoch das kennst du auch willst du mich jetzt komplett veralbern ich hätte es mir wirklich nicht schöner ausmalen können wie du darauf reagierst das kann aber nicht das richtige caspar spa aus entferi sein ich mach das nochmal nach willst du mich jetzt komplett veralbern das ist der text sogar übersetzt aus entferi trotzdem ist es unmöglich das richtige caspar spa weil da müsste man ja glitschen das ist wahrscheinlich das kyle um caspar spa aber das kann ich mich nicht mehr erinnern ja das ist gut also es ist sowohl gut kombiniert als auch gut dass du dich nicht mehr daran erinnern kannst hast du eigentlich rayman gespielt für die playstation jein ein paar level also ich glaube immer bis oh mein goodness kannst du dich an diesen boss erinnern ich glaube der heißt doch einfach skorpio oder so wahrscheinlich nicht also ich kenne es bis zur musikstechnik glaubst du schon die zweite welt ich glaub ich die zweite oder dritte welt ich glaube der skorpio boss ist das wollte ich nicht der ist in dieser bergwelt danach Wobei Musikwelt ist bei Ray... Alter, was ist das denn hier? Lösch dich. Hast du jemand? Ich hab mich gelöscht. Oh mein Gott! Okay, ich warte kurz. Okay. Das ist übrigens das, äh, das Layout vom Original. Ja, das hab ich bemerkt. Yes. Ob man die Coinsnake nach hinten lenkt. Ja, genau. Deswegen ist die da auch so ausgelöst, irgendwie angedeutet. Würde dich nie wieder tun. Tja, selber schuld. Da geht so viel Freude, Dopamin, Serotonie. Ach, ich kann einfach durchschwirren. Ich will diesen einen Satz nochmal sagen. Ich glaube Musikwelt ist bei Rayman irgendwie, äh, äh, Quatsch. Weil ich glaube, das in alle Welten ist ein bisschen Musik angehaut, oder? Ich glaube, nein, die Welt mit den Instrumenten. Aber gab's da... Waren das in jeder Welt irgendwie so ein bisschen? Nein, das ist doch eine Welt, die ganz speziell nur Instrumenten-Kram ist. Äh, und was waren die anderen... Ach so, doch, du hast recht. Über eine Dschungel und keine Ahnung was alles. Ja, 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 ja. Ich bin ja auch ein Spacko. Ja, du hast recht. Was hast jetzt du gesagt? Ne, es ist richtig, ja. Alter. Das ist auf jeden Fall die Musik, die da läuft, das aus dem Scorpio-Werkel. Äh, ich glaube, das ist die Bergwelt. Ich hätte jetzt gedacht, das wäre eine Musik-Bergwelt. Aber da hast du mich ja... Eines Bessens. Ja, gut, meinetwegen. Alter, warum passiert das denn? Was ist das denn jetzt? Conan, du hast einen Glitch gemacht. Ähm, ja. Oh, oh. Hörst du das? Mein Handy. Ich muss ganz schnell weg. Ich bin nicht... Also, da darf jetzt aber rewinden. Ja, 100 Pro. Ich habe keine Ahnung, warum das passiert gerade. Zu viele Magic-Coupas hier unterwegs. Ne, ich glaube eher wegen der... Wegen der Ball and Chains irgendwie. Alter. Du kannst echt rewinden. Ja, aber ich bin jetzt ja regulär gestorben danach. Ja, aber das ist ja ein bisschen der Schock, also... Ja, gut, wenn du mir das erlaubst. Jetzt mach ruhig. Also, das ist jetzt... Kein Problem damit. Ich hoffe, das passiert jetzt nicht nochmal. Plus, ich hoffe... Nein, ich weiß nicht, ob ich hoffen soll, dass das auf SMB Central durchgeht, weil das ist nicht so geil. Hä? Der ist ja gerade aufgetaubt. Aber jetzt bin ich wirklich regulär gestorben. Ja. Ja. Okay. Das ist trotzdem scheiße, dass das passiert ist. Oh, ciao. Kannst du für mich jetzt in dem... Also, das ist eigentlich unberechtigt oder ungerechtfertigt, weil ich ja das Level offenbar kaputt gemacht habe, aber... Kannst du jetzt gerade für mich nochmal wie vor drei oder vier Jahren Felix-Teste deine Level sagen? Ne. Du es kaputt machst doch nicht. Schade. Schade. Den Satz bekommt nur der, der den verdient. Du kannst das auch mit Dani sagen. Das ist nicht scheiße. Dani, teste deine Level. Mhm. Bist du jetzt zufrieden? Geht so. Ach, ne leck... Boah! So semi zufrieden. Alter, dieser Raum. Du bist ja dunkelhaft. Ach man, ist das blöd. Ich glaub vor allem der Raum wär auch schwierig genug, wenn die Border Chains nicht da wären. Also die machen jetzt nicht den entscheidenden Unterschied. Ja, das Problem ist die Magic-Opa. Ach geh halt ein. Ich drück jetzt einfach gleich, was will ich denn da ewig hoch tun? Ich hab dir doch extra eine Plattform dafür gebaut, dass du den switcht auf. Den kannst du nehmen direkt, ne? Den kannst du dann statt des blauen Blocks, den du glaube ich noch nicht gesehen hast. Was für ein blauer Block? Wo bin ich denn? Wait, war da keine Wand? Hey, hey, du bist in den Mannscher gelaufen. Ich wollte nur gucken. Ja, ja. So fängt das immer an. Wollt ja nur gucken. Achso, der wird ausgelöst, obwohl er in der Wand ist. Ja, der ist ja halt einfach da. Also, warum sollte der nicht... Na, weil der ja auch in der Wand ist. Die kann ja Priorität haben. In diesem Eck haben immer mancher Priorität. Das ist wie ein Tötungsblock dann einfach. Nein, das sind aber zwei Layer übereinander und auch immer berührst du halt beide und der eine verletzt dich halt. Ich glaube, so ist das. Ja, also ist das wie ein Tötungsblock. Achso, ja. Ja, kann man es mal sagen. Ich habe jetzt mit Tötungsblock eher gedacht, dass das der einzige Alter ist. Klingt für mich mehr nach Kastenblock, als wenn du sagst, manche. Nein, es ist von der Vorstellung her. Ich meine, ich kann es von der Seite berühren und es tötet mich. Das ist richtig. Das ist übrigens ein blauer Block, den man unschwer erkennen kann. Ich habe keine Ahnung, was du für einen blauen Block willst, aber es ist ja auch egal. Okay, warte, ich muss mich... Da ist im Übrigen genau ein Block, der nicht von diesem komischen Paletten-Effekt betroffen ist. Aber was will ich mit dem blauen Block in dem Raum? Achso, hast du noch nicht gesehen. Also, also. Okay. Wait, brauche ich den noch? Ich habe nichts gesagt, meine Lippen sind versiegelt. Bam, 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 bam. Das heißt, wenn ich den nicht mitnehme, geht irgendwas schief oder was? Ich sage gar nichts mehr. Das ist ja kacke, muss ich den mitnehmen. Achso, du kannst hier übrigens eine Epilepsie-Warnung, glaube ich, reinmachen, ne? Ja, ach der. Ja. Weil du es jetzt so oft geschafft hast, dass da der Merkli-Kufer dir ne Shell halt gibt. Also es ist witzig, ich hab Leute... Sag mal, kann ich die dezimieren, wenn ich die kille? Ja, aber die tauchen halt dann nach, keine Ahnung wieviel Frames wieder auf. Aber du kannst die zeitweise kaputt machen, ja. Holy shit. Habe ich das Level nicht eh schon mal geschafft? Jetzt gucke ich hier nicht mit sowas, von wegen Safestates. Ich hab das tatsächlich leichter gemacht. Tatsächlich heißt, ich weiß gar nicht, ob ich es leichter gemacht hab, aber ich sag's jetzt einfach. Nein, aber du schaffst den Raum. Du hast den jetzt dreimal, was du fast fährst. Ach, tschüss. Du hast zwar nicht verstanden, was du mit dem blauen Block machen sollst, aber das ist jetzt auch nicht so weltbezogen. Ja, irgendwas... Dann war ich halt da noch gar nicht, wo ich mit dem... Oh mein goodness! Hast du es halt nicht gesehen, aber es ist... Solltest du relativ schnell einfach durchgehen, dann kannst du dir auf jeden Fall auf dem Boden killen. Du hast noch ein Leben... Ja, ist egal, du speichert ja Oberwelt, hast du gesagt. Bestimmt. Ich vergaß, du warst ja noch gar nicht am Midwaypoint. An einem der fünf... Äh, Dani? Was denn? Du war... Warst du kurz gemutet? Nee. Nein! Dann klang das komisch. Nein? Nein? Ja, keine Ahnung. Ist egal. Ich hab nur gesagt, dass das Level 5 Midwaypoint hat. Hörst du mich noch? Wahrscheinlich hat das Level 5 Midwaypoint. Na, du hörst mich noch. Hast du mich versetzt? Kann das sein? Du hast gerade relativ verzögert darauf geantwortet. Nein, ich hab nur, äh... Alles gut. Dann passt die Sache. Ah, wie oft mach ich das denn jetzt? Na, oh mein Gott. Ich... Krieg zu viel. Na, oh. Also Depat sterbe ich ganz schön oft für deine Liste, ne? Was für ne Liste? Ich hab nie gesagt, dass ich ne Liste machen möchte. Ja doch, stimmt. Ja. Vielleicht macht das ja Chosen. Wer weiß. Ich weiß gar nicht, ob er noch zuschaut, ehrlich gesagt, aber... Ob er jetzt jedes... Ob er jetzt jedes Video guckt, weiß ich auch nicht. Aber grundsätzlich ist er noch da. Und kommentiert manchmal, oder so. Baut ja auch fleißig Mario Maker Level. Allerdings welche, die ich nicht schaffe. Ach siehste, das wollte ich auch nochmal ansprechen. Ich hab nämlich... Ach, leck mich doch am Mann! Ich finde, das ist schon auffällig, dass immer wenn du irgendwie ne Pause SMB einlegst in irgendeiner Form und dann Mario Maker spielst. Dass du dich so schlecht verhältst beim SMB-Spielen. Was ich eigentlich sagen will, ich glaube der Mario Maker ist ein schlechter Einfluss auf dich. Nein, der Mario Maker ist cool. Der Mario Maker ist cool. Hätte ich das gewusst, dass du das sagst. Also ich dachte, du spielst das für die Klicks oder so. Ja klar. Hätte ich gewusst, dass du dich pro Mario Maker positionierst, hätte ich dir den Hack glaube ich gar nicht zugeschickt. Hä? Der Mario Maker ist ein Plagiat von Super Mario World Hacking. Der Mario Maker ist eine Schandtat am Videospiel im Horizont. Na, das ist schon was. Also man kann es eigentlich schlecht vergleichen. Nee, mein Gott. Oh, nee. Was schön ist, dass viele Leute jetzt Level gebaut haben. Auch, ich sag mal, in deiner Community oder so. Die halt vorher keine Super Mario World Hacks gebaut haben. Aber ihr hättet euch doch einfach alle Luna Magic runterladen können und schöne Super Mario World Hacks machen können. Ja, so einfach ist es mit Luna Magic ja nicht. Aber es lässt sich auf jeden Fall so leicht vergleichen, dass man den Plus ziehen kann, dass der Mario Maker absoluter Dreck verglichen mit Super Mario World Hacking ist. Wenn wir hier schon nicht irgendwelche... Wenn wir schon von Dreck reden, ich könnte dir was anderes gerade als Dreck bezeichnen. Du könntest dir auch einen zweiten Pilz zum Beispiel holen. Na, ich renne jetzt nicht jedes Mal los und hol mir den zweiten. Ich renne jetzt nicht los und hol mir den zweiten Code. Okay, jetzt mal mit Konzentration. Du bist gerade bei der Hälfte des Hacks kommen. Wenn du willst, dass ich mehr rede, damit du dich mehr aufs Spielen konzentrieren kannst, dann musst du das nur sagen. Ne, ne, alles gut. Ich könnte noch 10 Stunden auf den Mario Maker schimpfen, wenn du das willst. Ne, da muss ich antworten. Achso. Dann schimpf ich auf was anderes. Äh, 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 äh. Äh, 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 äh. Ich weiß nicht, ich hab gerade gar nichts, worüber ich schimpfen kann. So, können wir jetzt endlich mal diesen verfluchten Pilz behalten? Ah, ha, ha, ha. Du machst da einfach zu viel Freude, Gordon. Ich kann da nichts schaffen. Ah, ha, ha, ha. Okay, wir machen jetzt ein Experiment. Ich geh jetzt mal eine Minute weg. Ich muss sowieso aufs Klo. Wenn du es dann geschafft hast, dann weißt du, dass du mich bei der nächsten Part vielleicht nicht dabei haben solltest. Wenn ich es dann geschafft habe und du wiederkommst, kannst du davon ausgehen, dass ich Stades genutzt habe, weil ich das nicht in der Zeit schaffen werde. Ach, mach schon. Bleib optimistisch. Das klappt doch. Nein, 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 nein So. Der muss nur gehen, dann läuft das nämlich. So ein Ding ist... Oh, das war jetzt nicht so gut. Wait, what? Ah, okay. Das resettet nur. Ah, dann kann er sich einen zweiten Pilz holen, das ist eigentlich auch nicht verkehrt. Oh, hast du Stills genutzt, oder? Nein, tatsächlich nicht. Siehste mal. Ich bin einfach gut. Ja, ja, ja. Aufmerksamkeit. Nur leider halt nur im Mario Maker. Aber guck mal, ich war nett, ich hab dir einen Mitwaypoint gegeben. Hab's gesehen, wie komm ich denn jetzt nach hoch? Du hast es eigentlich gesehen auch, aber bist schnurstracks daran vorbei. Ja, das Problem ist, an die Shell komm ich nicht ran, wenn ich einen Stern hab. Ja, das ist, man könnte es beinahe Puzzle nennen, aber auch nur wenn du das spielst, weil es ist eigentlich nicht so kompliziert. Naja, ich kann mich halt treffen lassen und dann die Shell mitnehmen, aber... Das wär ja unglaublich. Das wär ziemlich dämlich designt. Was soll das denn heißen? Dass das dämlich designt ist, wenn man getroffen werden muss. Nö, find ich nicht. Ist ja immerhin ein Geisterhaus. Hey, das geht in die... Ja, du brauchst die Shell. Ah. Denkst du mal, denkst du mal, ich geb dir... Also wieder durch den Resetor? Oh, wait, was steht denn da oben drin? Hast du doch schon... Hast du doch schon... Ja. Ach, das ist doch der Einfangs... Nee, das ist ja... Kann aber nicht der gleiche Raum sein, weil hier ist kein Pilz und hier sind andere Türen. Das hast du... Gut. Nee, die Tür ist nicht an... Nein. Aber der Pilz ist nicht... Natürlich, die Tür führt weiter hin. Ja, das ist richtig. Aber das wusstest du ja eben nicht. Okay, ich gestehe, es ist sehr dämlich designt, aber jetzt mach's bitte trotzdem richtig. Und renn jetzt nicht gegen die Shell. Dankeschön. Das ist komplett dämlich designt. Oh boy. Das ist komplett dämlich designt. Oh boy. Das ist komplett dämlich designt. Soll ich jetzt anfangen, persönlich zu werden, oder? Das Design ist dämlich? Nee, also das, äh... Aber warum ist das... Also... Ist mir eigentlich auch egal, jetzt hast du das ja richtig gemacht, aber äh... Warum ist das denn dämlich designt? Man verliert halt den Pilz und dafür kriegt man was anderes. Ja, aber das ist kein schönes Design, wenn man getroffen werden muss. Immerhin besser als so ein blödes Level, wo man immer nur einen P-Switch bekommen muss, damit eine Tür auftaucht. Wo, wo taucht die denn jetzt auf? Ah ne! Äh, war doch gut, ist doch alles... Genau da. Äh! Okay. So, und... In dem Raum habe ich mich dann entschieden, nicht mehr dämlich zu designen, deswegen darfst du den hier auf keinen Fall verlieren, damit du an irgendwas anderes rankommst. Ja... Guck mal, da ist sogar ein Resetor, du könntest dir sogar zwei Pilze holen. Ich brauche keine zwei Pilze. Ja, du schaffst das alleine, bis hier die starke Peach. Äh... Äh... Warum gehst du nicht in die Türen da rein? Hier sind doch alle Resetoren, oder nicht? Ja, zumindest das könntest du mal zeigen. Oh shit. Oh wait, das haut nicht hin. Ne, was, wie, wo, was haut nicht hin? Was mache ich denn jetzt? Was haut denn nicht hin, Conan? Mein Plan. Vielleicht teilst du deinen Plan mal mit dem Spitzraum. Ach, da gehen alle auf! Ich weiß nicht, ob du das nicht mitbekommen hast, aber... Du bist hier in dem Let's Play Video, da wäre es vielleicht ganz gut, wenn du deine Gedanken äußerst. Ne, grad nicht. Ach so, okay. Dann gehe ich aber auch jetzt. Ach, ich muss nur dazu leuchten. Okay, dann habe ich es verstanden. Leute, ich gehe nach Hause. Machen wir einfach einen Peach-Up da hoch, ist in Ordnung. Wow. Einfach wow. Kein Problem. Kein Problem für mich. Ich bin ConanQ88. Wie geht das wirklich? Ich bin zwar Nerd, aber ich habe auch richtig viele Fertigkeiten. Ach, hä, aber ich kann nicht. Wait. Super Mario spiele ich am liebsten, wenn ich ein bisschen Zeit habe, wenn wir nicht Karazan raiden. Oder wenn manchmal auch das neue Magic-Booster-Karten-Set rauskommt, dann werde ich ganz feucht in meinem Schlüpfer. Also das Problem ist, äh... Ja, ja, ja. Ich kann nicht gleichzeitig da durch, wenn der P-Switch an ist. Ich? Hä? Das ist, ja. Ach, ne, ich bin ja komplett dämlich. Das ist absolut richtig. Ich glaube, wenn du das Zünni auch ein paar Mal vorweggenommen hättest, hätte er das nicht so häufig sagen müssen. Nein! Mann! Jetzt kannst du es nochmal sagen, sonst... Ich will dich ja auch nicht immer beleidigen. Ah... Okay, dann muss ich jetzt doch mal ein Sova-Däm nicht gonnen. Aha... Hätte ich da noch 10 Schilder hinstellen müssen, dass du das verstehst. Dass du den da nicht hochkackst... Das ist aber der graue P-Switch ja komplett der Fake. Das ist richtig, ja. Das ist ja auch ein Puzzle-Raum. Ein sehr innovatives Puzzle mit P-Switch und Türen. So, jetzt wirst du... Was? Ich wusste, dass du jetzt sterben wirst, weil... Aber da ist zum Glück eine Warp-Door zum Boss. Was? Nein, natürlich nicht. Natürlich. Das ist ja kein richtiger Boss. Das wäre ja sonst ein richtig fieser Tod. Ach, leck mich am Arsch. Ah, das ist wieder dumm designt. Was heißt denn hier dumm designt? Das ist Challenge. Also das würde mich wirklich wundern, wenn die das nicht beanstanden. Na, den Teil haben die ja schon durchgewunken. Durchgewinkt, ich weiß nicht. Sicher? Ja, ja. Okay, wundert mich aber. Der nächste Teil, der ja auch noch im Bug gefunden wurde, war ja woanders. Also der war ja später im Hackersatz. Ah, das ist schon frech designt, also... Weißt du, das ist eine astreine Coping-Strategie, dass man sich immer auf irgendwelche Richtlinien von komischen Leuten verlässt, nur weil man selbst nicht in der Lage ist, das mit einem Mal zu schaffen. Nein, 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 nein. Wir reden ja von fairem Level-Design. Ja, das war doch fair, du hast genug... Das kann man erwarten. Nein, wenn du sofort stirbst, wenn du in den Raum gehst und keine... Wieso denn sofort stirbst? Also du, das war jetzt einfach so ein richtig typischer Conan, dass du da erstmal irgendwie zehn Jahre stehen bleibst und nichts machst. Nein, das sehe ich nicht. Äh... Hast du als Kind zum Beispiel, hast du Spitzpass aufgespielt? Oh Gott. Das ist so ein Spiel, wo man so ein Hütchen hat und bei der entsprechenden Farbe oder beim Würfel oder so muss man dann draufhauen. Da ist Reaktion gefragt. Da weißt du aber, wie das Spiel funktioniert und dass du aufpassen musst. Nee, aber da weißt du, da weißt du aber nicht, ja, da weißt du, dass du aufpassen musst. Das hast du jetzt hier gerade auch gelernt, dass du bei dem Hack vielleicht aufpassen musst. Richtig, nachdem ich einmal gestorben bin. Ja, deswegen kriegst du ja auch ein Level, wo du 99 Leben bekommst. Ich weiß gar nicht, warum ich das vor dir rechtfertigen muss. Weil es ein dummes Design ist. Daran ändert sich nichts. Oh nein. Ich dachte, ich krieg da mit dem Pune zum Preis. So ne Scheiße. Nee, das kriegst du nicht. Kaspers Bubble kommt gar nichts. Habe ich mich, als ich das in Calum gespielt habe, auch so aufgeregt? Bestimmt. Ich glaube, da hast du mit Safestates gespielt, deswegen war's egal. Und da war der Boss, glaube ich, auch anders. Da war das ein Hubost. Wenn ich mich nicht täusche. Guck mal, jetzt bist du schon wieder da. Es ist halt total wichtig. Weh, ich sterbe jetzt gleich wieder. Du hast ja echt kaum Reaktion. Also das weißt du halt nur, wenn du es warst. Nee. Das ist doch, das ist doch dumm. Was soll ich denn da machen? Du hast ja nicht so viel zur Möglichkeit. Also du kannst ja nicht so viel machen. Ja, das ist entweder ein Survival-Raum. Oder ich muss mit den Blasen nach oben kommen. Aber dass die da einfach auftauchen. Die sind nicht einfach aufgetaucht. Da sind genau zwei Blasen. Ja, und die warpen von einer Seite zur anderen. Ja. Also tauchen sie einfach auf. Ja. Ja. Alter. Und was hast du da noch so gesehen? Ja, nix. Ich war tot. Nein, ich meine, was du noch so gesehen hast, wie der Raum gestaltet war. Ich hab nix weiter. Ich kann die kaputt rutschen, die Blasen. Ja, na siehste. Ach du Scheiße. Das ist halt ein Geisterhaus. Nein. Da soll man halt mal ein bisschen überrascht werden. Oh, das sieht schön aus jetzt. Jetzt muss ich den Oberwelt-Saves jetzt setzen. Ach so, wegen Midway Point. Ja gut. Das sei dir erlaubt. Das würde ich mir auch nicht nehmen lassen. Weil die Alternative wäre einfach, zu dem anderen Level zurückzulaufen und Leben zu holen. Also ich glaube, ich würde dich gerade lieber dedosen lassen, als dass du hier anfängst zu save-staten. Nee, ich glaube aber an dem, also, nee, 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 ich rudere da mal noch nicht zurück. Aber ich glaube auch wirklich, du schaffst das alles ohne save-staten. Wenn du das hier schaffst, dann schaffst du den Rest. Ich weiß nicht, was du alles noch eingebaut hast. Naja, leider. Das Level geht schon ohne save-staten, klar mit der Zeit. Aber es ist... Och, nee! Ja, sowas ist... Es ist nicht sonderlich angenehm, es ohne states zu spielen. Also das ist halt kein Level mehr, was Spaß macht in dem Sinne. Verlierst du dadurch automatisch den Spaß am Level auch, wenn du... Na, wenn es sich unfair anfühlt, ja, dann schon. Ach so, das ist jetzt, weil du... Wenn es, wenn es ein Skill ist, durch den ich sterbe oder Dummheit, ist es was anderes, aber... Okay, ich würde, also... Dinge, mit denen ich nicht rechnen kann, an denen zu sterben, das ist so ein bisschen... Ja, ich verstehe schon. Aber da gehen natürlich auch wieder die Meinungen auseinander, weil... Wenn du ein bisschen mehr Reaktionen gezeigt hättest, dann... Das ist ja eine Form von Skill. Guckst du eigentlich 5 Minuten Harry Podcast? Nee. Solltest du. Okay, wieso? Das ist lustig. Ach so. Ja. Nee, wollte ich immer mal machen und dann sind mittlerweile irgendwie zu viele Folgen, um das mal eben so zu machen. Du kannst ja einfach eine gucken und eine Woche später die nächste. So, es dauert ja eh Monate bis immer eine kommt. Dieses typische, dieses typische dumme Argument von wegen, ich schaff das nicht, weil es gibt einfach zu viel. Richtig. Also es ist ja, es geht ja wirklich ganz langsam voran, weil es ja ewig dauert, für sie so eine Folge aufzunehmen. Ja. Aber es ist, es ist großartig. Also wenn... Ich wusste auch gar nicht, dass sie das immer noch macht. Ja, ja, macht sie immer noch. Das ist ja witzig. Sie ist jetzt, äh, gerade an der Stelle, wo, ähm... Ach so, ja, ich spoiler mal. Ist das, ist das chronologisch auch tatsächlich? Was heißt chronologisch? Naja, irgendwie, äh... Ich kenn die Filme zu schlecht, die Originale, aber... Ja, sie sind natürlich noch im ersten Film. Ach krass. Ja, siehst du, das wusste nicht. Naja... Es... 5 Minuten pro Video. Warte mal, jetzt konzentrier dich mal bitte jetzt. Ach so, das ist ja... Oh, ich muss jetzt noch nicht so konzentriert. Aber ist okay. Okay, okay. Ich hab das ja nicht gebaut. Oh, ich mach den Trick, den du mir gesagt hast. Ja, bitte mach das. Ich hol mir zwei Pilze. Ich hab das nicht gebaut. Von wem ist die, 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 die Hack hier? So, ne, aber, äh, es ist ja... Oh, komm ich doch... Ja, komm ich ran wieder. Wie viele Teile? Es gibt doch davon 10 Teile plus, oder? Ja, aber jedes Video... Es umfasst ja einfach genau 5 Minuten des Films. Ach so. Ach so, verstehe. Deswegen heißt das 5 Minuten Harry Podcast. Also, das erste Video ist von 0,0 bis 5,0,0. Das zweite Video ist von 5,0,0 bis 10,0,0 im Film. Und es ist auch egal, ob es gerade an einer ganz unpassenden Stelle ist. Wenn sie diese Marke erreicht hat, hört der Podcast an der Stelle auf. Okay, verstehe. Und die Ben Max mal dort weiter. Und sie, sie denkt, sie, sie recherchiert halt unfassbar viele Sachen zu den Hintergründen des Films. Die Orte, wo die gedreht haben. Ich hab gedacht, ich hab gedacht... Das ist so ganz spezielle Geschichten, die es bei den Schauspielern gab und so weiter. Das ist super interessant, wenn man Harry Potter mag. Ich finde Harry Potter gar nicht so toll. Ja, dann vergiss es. Wieso bin ich klar? Was? Ja, damit das ein bisschen herausfordert ist, kann ich ja nicht wissen, dass du das spielst. Ich bin einfach klein. Ja. Wofür denk ich an den... Jetzt spiel und... Jetzt musst du ja wieder von vorne spielen, oder? Ah ne, du hast geladen. Ne, ich hab geladen. Ich dachte ehrlich gesagt, der Podcast, der irgendwie... So die... Die neue... Das neue Medium, äh, für... Neue Synchro, halt nur ein bisschen... Angepasst an Kaddi jetzt. Naja, es ist natürlich ihr Humor, also es ist großartig. Okay, verstehe. Es ist... Es ist absolut großartig. Vielleicht... Vielleicht schaffen wir ja nicht, äh... Es nicht jetzt hier in der... Aufnahme-Session, oder wie auch immer man das nennt, äh... Fertig zu werden. Äh, doch. Mit dem Hack... Ich... Ich... Ich spekuliere jetzt einfach mal darauf, dass wir das nicht schaffen, und dann kann ich ja bei dem nächsten... Mal, äh, äh... Feedback geben. Ja. Also, das sieht mir so aus, als würden wir heute vielleicht diese Welt noch schaffen. Wir sind schon zwei... Über zweieinhalb Stunden am Spielen, oder? Ja. Ja, der Part geht jetzt auch schon 54 Minuten. Oh, ciao, Alter. Ciao. Einfach nur ciao. Meine Güte, Conan, wie machst du das denn immer? Ist das nur das Level, oder was hast du in dem Part? Nein, äh... Wir haben mit dem anderen Level angefangen in dem Part. Ah, ja, ja. Ja, okay. Verstehen. Mit dem Creeper-Level. Ich erinnere mich, ja. Also, es ist sowieso ein Fail-Part, insofern ist das okay. Ja, dann können wir jetzt hier auch wieder über die Stränge schlagen, und über ganz böswillige, bösartige Themen sprechen. Nein. Ja, du äußerst dich auch gar nicht mehr zu... Ach, der kommt ja... Ich muss den ja gar nicht stoppen, der kommt ja... Jedes Mal mache ich das falsch. Oh mein Gott. Ich weiß auch gar nicht, warum du das die ganze Zeit gemacht hast. Oh mein Gott, jetzt habe ich das erst gerafft. Oh, bin ich dämlich. Hast du das etwa gerafft wie Raftel? Ich dachte, es kommt wie Raff-Kamora, aber... Ne, den finde ich... Finde ich nicht so. Ich weiß nicht, was du mit Raftel willst. Ich wollte, dass du dich aufregst, aber es ist... Hä? Ne, alles gut. Ich sag's für... Ich sag's für... Ich sag's dir, wenn die Aufnahme aus ist. Ich bin ja kein Unmensch, ne? Jetzt streng dich mal an. Oh, Mann! Maschallah, ich weiß, es ist ja grauenvoll einfach. Kann ich dich irgendwie unterstützen? Brauchst du irgendwie... Brauchst du Motivationssprüche? Brauchst du Cheerleader? Brauchst du... ...motivierenden Gesang? Brauchst du deine Ruhe? Brauchst du... Ja, also den einen Raum habe ich geschafft, kaum dass du weg warst. Ne, das ist richtig. Das ist absolut richtig. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Ich bin doch die beste Gesellschaft hier. Es ist auch ganz... Also, das ist jetzt ein bisschen übertrieben wieder, ne? Aber... Es ist für mich so euphorisch, hier nach drei oder vier Jahren... Ich hab keine Ahnung, wieder in der Aufnahme zu sein. Oh nein, oh nein, oh nein. Ich glaube, das merkt man auch ein bisschen. Minimal. Es ist, als wärst du nie weg gewesen. Jaaaa! Das ist aber das Schöne. Aber ich glaube, es war aufgedreht, wie ich bin. Ich sehe schon die Kommentare, die du damals bekommen hast, als du mit Nico und Mr. Deppel... Ich wusste, jetzt kommt Nico! Ich wusste, ich hätte es schwören können, jetzt kommt Nico. Das kann doch nicht sein. Unglaublich. Das ist echt unglaublich. So schlimm war der gar nicht. Ich fand es auch nicht so schlimm. Aber ich... Ich erinnere mich dran, dass da so böse Kommentare kamen. Ja, ich weiß. Die... Die Donkey Kong-Aufnahme und so. Ja, und irgendwie Brutal Mario und ich weiß nicht, was das ist. Aber schön ist. Unglaublich. Also dafür hast du dir eigentlich schon die Belohnung verdient, wie du für Save-Stateless-Spielen bekommst. Was? Oh Gott! Unglaublich. Die Zuschauer, die sich da überlegen werden. Uff. Aber dass du mir den Pilz auch noch wegnimmst, wenn ich in den Raum reingehe. Das ist halt... Ich fand das halt einfach zu leicht. Also... Ich merke, wie leicht der Raum ist. Ja. Super leicht ist der Raum. Du musst halt... Du musst doch einfach nur einmal vor dem Ausweichen, wenn sie nach rechts gehen, dann schnell nach rechts gehen und von rechts aus die dann wegrutschen. Also jetzt ganz schnell nach links, jetzt ganz schnell nach rechts und jetzt die beiden wegrutschen. Ui! Oh. Und rutsch hier. So. Ja, aber dann stirbst du. Das Problem ist, dann kommt die andere und die... Ja, dann kommt die erste. So, die kann nicht kaputt rutschen und dann kommt... Ja, dann gehe ich rüber. Ja. So, ich mache die erste kaputt. So, hier gehe ich hoch, dann rutsche ich hier runter und dann springe ich rüber. Das kriege ich hin. Ich glaube, da ist die Gefahr größer, dass du stirbst, weil du da runterrutschst. So. Nein, ich will... Ich kriege das... Das kriege ich hin. So, ich mache hier den. Das ist so einfach, wenn du das von der anderen Seite... Man kann halt der Treppe nicht so gut abspringen, ne? Das ist ein bisschen doof. Ja. Mach das einfach von der anderen Seite. Hui! Hui! Geschafft. Schön. Siehste? Geht doch. Äh, nee, nicht reset. Das da. Neuer Part. Boah, aber wie lange ich da jetzt gebraucht hätte, um mir eine Taktik zu überlegen, wenn ich jetzt mal wieder hinspielen müsste. Insofern habe ich jetzt trotzdem States genutzt. Tja, Ripp. Meinst du? Ja, halt schon. Aber, äh, was meinst du, wie lange das wohl gedauert hätte, wenn du ohne Save States jetzt, äh, Kirby, wie hast du das Crystal Shards? Nee. Ne, Crystal Shards war für die N64. Wie soll ich das ohne States gespielt haben? Äh, mit States gespielt haben. Ja, wenn du das jetzt auf dem Emulator irgendwie spielen würdest, fand ich. Ja, hab ich nicht. Wie lange du dafür jetzt brauchen würdest, wenn du da die Secrets anbauen würdest. Oh, fuck man. Manche Sachen in Spielen sind halt nicht so leicht. Jetzt hast du dir eine Strategie überlegt, das hast du jetzt mit States gemacht, ist 100 g. Ich will dir ja nur, dass du nicht verteufelt würdest du dir deine Strategie hast überlegen müssen und dafür irgendwie dreimal gestorben bist oder fünfmal. Ist halt so. Weißt du, wie oft ich gestorben bin, als ich versucht habe, bis Bowser-Gras über Jamf 2 ohne States zu spielen? Warum spielt man das auch ohne States? Holy shit. Ich könnte jetzt was... Nee, nee, ist egal. Weil ich lustig bin und witzig und Spaß habe am... Alleine vorm Computer sitzen und Spiele spielen. Ja, darfst du ja. Aber ich könnte das ohne States niemals spielen. Nee, das hat ja auch nicht geklappt. Ach so. Äh, ja. Ja. Ja, Mensch. Du hast es jetzt fünfmal versucht, der will ich doch gar nicht glauben. So, trotzdem ist das, was ich mir überlegt habe, ziemlich unsicher, weil ich kann durch das Rutschen schnell sterben. Ja, das, was du beim ersten Mal nicht geschafft hast, da hast du dich halt auch blöd angestellt von der rechten Seite zugeschaut. Und da hat das super einfach. Oh shit. Ist egal, ich bin einfach braun. Ja. Klärst du mir jetzt, wie die Physics funktioniert? Ja. Ich merke das schon. Jetzt rüber! Hui! Oh, ich kann das nicht mehr sehen, Alter. Das ist ja... Das ist ja grau und voll. Schade. Das war nix. Oh, wir haben die Stundenwaage gesprengt. Ich sehe schon, komm, so wie du dich hier anstellst, werde ich derjenige sein, der am Ende danach fläht und mettelt, dass du mit der Safestate gehst. Ja, das ist das Ziel. Genau das ist das Ziel, lass mich durchschauen. Das wird nicht passieren, meine Freunde. Oh, warte ab. Da geh ich lieber nochmal in den Keller und bringe noch drei, vier Bier hoch. Aber auch diese Menge ist begrenzt. Die ist sehr begrenzt. Du hast nicht unendlich Ressourcen zur Verfügung. Ich glaube... Wie die deutsche Wirtschaft. Wie die deutsche Wirtschaft. Ja, wie jede Wirtschaft. Aber besonders die deutsche! Nein, aber deswegen wirtschaften wir. Es ist so das allererste, was man in jeder Wirtschaftsvorlesung hört und auch in der Schule. Und da wunderst du dich, dass Schüler die Schule schwänzen. Ich finde das sehr, sehr einleuchtend. Unendliche Bedürfnisse, unendliche Wünsche, aber nur begrenzte Ressourcen. Folgepfeil Wirtschaften. Das ist genau mein Motto. Aber es erklärt ja... Ach, leck mich doch am Arsch. Das ist unglaublich geil. Das erklärt ja nicht, was für eine Art und Weise wirtschaften. Nein, das erklärt aber, warum wir wirtschaften. Was für Klassen erzählst du das? Bitte? Welche Klassenstufe? Welcher Klassenstufe? Erzählst du das? Darum wirtschaften wir? Ja, das wäre neunte Klasse. Ist das das erste Jahr, in dem in der Schule wirtschaften? Das ist das einzige Jahr. Ach so. Wenn du jetzt nicht gerade im kaufmännischen Zweig bist. Ach, das ist eine Fachhochschule? Äh, Fachhochschule. Ne, ich rede von der Realschule. Da gibt es einen Fachwirtschaft... Äh, Fach, Fach, Fach... In der Realschule gibt es einen mathematischen Zweig, es gibt einen kaufmännischen Zweig, es gibt einen französischen Zweig und es gibt den Werken oder Hauswirtschaft oder, oder, oder Zweig. Das ist alles so ein bisschen, der 3b Zweig. Das heißt ja nicht Fachhochschule, wie heißt das denn? Realschule. Aber es gibt doch auch ein Fachabitur irgendwas. Ja, das ist die Fachhochschule. Da kannst du nach der Realschule. Nein, nein, Fachhochschule ist doch logischerweise eine Hochschule. Also eine, für die du die Hochschulreife schon hast... Ja, du meinst die Fachoberschule. Ja. Die Voss. Mensch, ich kenn das doch alles nicht, hab doch nur auf der Straße gelernt. Ja. Ja, du meintest die Voss, du hast recht. An der Voss kriegst du das Fachabitur und damit kannst du an die FH. Ach Mensch, ein Scanner. Ach schön. Du musst bitte, wenn du das nächste Mal bei diesem Pseudo-Bosskampf bist, das wird nicht wahr. Das ist nicht mal ein richtiger Bossfight, Mann. Aber, äh, was ich sagen wollte, äh, versuche einfach ein bisschen später zu rutschen, sodass du den so in der Mitte irgendwie erwischst. Und wir probieren das gleich mal, wenn du wieder da bist, dann geh ich mal in zwei Minuten irgendwie, lege ich mich ins Bett oder keine Ahnung. Hä, wenn ich wieder da bin? Ja, wenn du wieder, wenn du wieder bei der Stelle bist, Mann. Ach so. Weil die hier schaffst du ja. Also, als würde ich weggehen. Wenn du wieder da bist, ja. Ja. Hast du eigentlich in der Zeit, in der ich jetzt auch nicht so richtig, äh, aktiv war, hast du irgendwann mal eine Pause, eine Let's Player Pause gemacht? Was meinst du mit Pause? Naja, dass du halt nicht täglich oder regelmäßig zumindest... Ja, vielleicht mal ein oder zwei Tage, aber... Krass. Also, die einzige Pause war, äh, eine Woche, weil ich da, äh, nichts mehr gesehen habe. Faktisch. Weil du da nichts mehr gesehen hast. Ja, da hatte ich auch Probleme mit dem linken Auge. Was? Ups. Da musste da eine ganze Woche lang so, so ein Verband-Dings drüber. Was hast du mit dem Auge? Was ist da passiert? Ne, jetzt warte, jetzt konzentriere dich mal bitte. Hahaha. Ja, 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 sehr gut. Meine Güte. Easy. Wie einfach das war. Easy. Hahaha. So, äh, ne, das, das, ähm... Da guckst du dir einfach das Video dazu an, was ich dann danach aufgenommen habe. Dann, ich, äh, kann das jetzt nicht mehr alles, krieg ich jetzt nicht mehr alles zusammen. Hast du da so einen Vlog irgendwas in die Richtung aufgenommen? Ich hab halt eine Erklärung dann danach aufgenommen. Warum kamen eine Woche keine Videos oder irgendwie sowas? Ich weiß es nicht mehr. Das suche ich jetzt. Also absolut. Da sitze ich mit so einer Augenklappe vor der Webcam. Warum kamen eine... So, an der Stelle. Danke fürs Zuschauen. Ich weiß nicht, ob das Video so heißt. Irgendwie so ähnlich. Äh... Warum kamen wir so gut meine Videos, ja. Und wir haben hier lang genug jetzt wiederum gewurschtelt. Das waren zwei ganz schön failige Level. Ich hoffe, es wird in den nächsten Parts besser. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss. Ciao, ciao.